Herzlich Willkommen zurück zu Faktorio. Mit mir, dem Drakentier. Und mit dem Krakentier. Ja, das ist immer wieder schön. Wie gut das funktioniert. Wie gut das gefühlt. Das da unten das funktioniert. Ach. So funktioniert es auf jeden Fall. Das ist ungefähr genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ungefähr genau so. Genau, ungefähr genauso. Wie ich mir das so gedacht habe. Und wenn er schon mal das Denken anfängt, ne? Dann ist das meistens gefährlich. Dann, ja, dann sollte man sich nachnehmen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich natürlich beachten muss, dass dann hier auch Netzwerk vorhanden ist. Okay. Okay. Oh, das wird eine Sauere mit dem Öl hier. Du hast gerade keinen Zug passt. E-S-Fährt-Entzug. Hoppa. Okay. Ah, blöder Verrutsch. Blöder Verrutschender Verrutscher. Rutschheimer? Das ist ja wie der Hackfleischhassende zur Hacker. Ja, genau. Wo kam denn der nochmal vor? Spongebob. Ah, okay. Man hat sich nicht viel gemerkt, aber das ist irgendwie hängen geblieben. Der unnütze, dumme Scheiß, der ist einem hängen geblieben. Wie immer. Ist das nicht, würde ich gerade sagen, ist das nicht immer so? Muss das nicht sogar so? Ich glaube, das ist genetisch bei Menschen so vorprogrammiert. Das Zeug, was er nicht braucht, merkt er sich. So, ich baue übrigens gerade eine Ostwand. Das heißt, wir erweitern tatsächlich zum allerersten Mal unser produktives Gebiet. Zumindest ein bisschen. Cool. Denke. Deswegen kommt da auch nochmal eine Sicherheitslinie rein. Nicht, dass wir die dort irgendwie bräuchten, aber ich mag es halt, wenn die da ist. Gibt ihr ein gutes Gefühl? Ja, wir haben halt mittlerweile so weit ringsherum einfach alles abgeknallt, dass eigentlich da nichts zu befürchten ist. Da lohnt sich nicht mehr viel. Ich will die jetzt da haben. Aber es gibt eigentlich nichts mehr, wovor man das beschützen müsste. Genau. Außer von selbst und unserer eigenen Dummheit. Es gibt doch nicht umsonst von den Extremo ein Lied. Das heißt, Dummheit wird mein Henker sein. Deswegen... Habe ich die jetzt hier so eingeplant, die Ostwand? Hier oben würde ich auch gerne eine einplanen. Das Problem ist aber eher, dass die horrende Mengen Wald anderer Meinung sind. Nimm die Pumpgun mit. Warum? Ich habe einfach Bauroboter, die das für mich machen. Ja, okay. Falls du keine Bauroboter gehabt hättest, nimm die Pumpgun. Die hat erstaunlich viel... Die macht erstaunlich viel Schaden gegen Wald. Die hasst Wald. Weg damit hier. Zack. Meine Bauroboter hassen auch Wald. Sonst würden sie den nicht einfach so gnadenlos wegfrühstücken. Das sieht immer wieder gut aus. Kriegen wir hier noch einen hin? Oder ist hier Buggy Buggy? Ah ja, der ist dann kaputt. Aber bis dahin haben wir zumindest erstmal abgesichert. Hier oben muss jetzt irgendwo noch ein Stück... Ah, hier sind Bäume im Weg. Schwindet. Weg damit. So. Oh, jetzt stehe ich selbst im Weg. So. Da müssen wir jetzt irgendwie noch Strom dran kriegen. Aber das sollte... Ah, da geht es doch schon los mit Strom. Perfekt. Und jetzt sage ich mal... Kann man denn nicht irgendwie sagen, ich will hier nur Bäume haben, die du abreißen sollst? Geht natürlich wieder mit. Das da muss weg. Und das da muss weg. Und hier hinten muss weg. Muss weg, verstehst du? Muss weg. Muss weg. Ähm. Die brauche ich jetzt doch nicht mehr. Hinten wächst ein hohes Gestrüpp oder was das ist, ey? Geht vielleicht aus. Okay. Was wird da geliefert? Ach, Elektromotorbestandteile. Weil ich jetzt wieder im Netzwerk bin, kamen ja mal wieder zwei, drei Motoren. Da kommen noch ein paar. Ich habe jetzt, äh, 100 von 150, von 200, die ich brauche. Oh ne, da kommen noch ein paar. Wird langsam. Ab 125 von 200. Wird also sich selbstständig erledigen, während ich hier andere Dinge plane. Nehmen wir jetzt einfach mal direkt den Zug wieder zurück. Weil der aber halt mit seinen 200 kmh noch ein bisschen fixer unterwegs ist als ich. Äh, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht, sondern... Das reicht mir quasi hier. Ist denn das der richtige Bauplan? Das ist der richtige Bauplan. Okay. Tak, 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 tak. Oh, jetzt ist das hier oben nicht ganz in Reichweite, aber das ändern wir gleich. Ja, so kann man es lassen. Das muss ich jetzt eigentlich sogar so passen. Ne, so passt es nicht, aber so. Kann man es doch noch in 1 erweitern. Genau, dann planen wir hier oben einfach mal ein Tor ein. Ein recht breites. Prinzipiell nicht verkehrt, auch mal ein Tor einzuplanen. Jo. Okay. Äh, ich werde übrigens leider... Annehmer kann es direkt drauf bauen, alles in Ordnung. Ach, du baust da oben die Stromverteidigung schon, also die Verteidigungslinie schon. Ja, weil ich jetzt hier hinten anfangen will, noch Akkuparks zu bauen. Da dachte ich mir, können wir die auch mal ruhig verteidigt lassen. Ja, wir brauchen halt einfach mehr, mehr Bauraum. Es ist furchtbar, gell? Das sieht ja jetzt... Achso, da hat noch ein Stück... Ah ja, jetzt sieht es besser aus. Ich wollte kurz sagen, was war das denn für ein Tor? Ja. Dicke, muss das sein? Uuuuuh. Äh, soll ich dir mal sagen, dass die doch bis in den orangen Bereich bauen, die Bauroboter? Ja, in den grünen, meinst du? Ja. Ja, das hatte ich ja auch schon gesagt. Das hast du mir sogar selbst gesagt. Achso, stimmt. Der grüne war der... Oh, der hat versucht, gerade die Roboter zu fangen. Das ist ja süß. Der grüne war der Baubereich, der orange war ja der. Ja, ja. Komm her, Dicke. Hoffentlich diesmal nicht mit runtergeschmissener Flasche. Komm her. So komme er zu mir, dickes Katert hier, das gar nicht so dick ist, und lasse er sich streicheln. Na, komm. Vielleicht hat man dich sogar, ne? Dann wirst du berühmt. Genauso berühmt wie ich, also gar nicht. Ey, lieber gar nicht berühmt als berüchtigt. Das ist richtig. Achso, jetzt müsste ich natürlich nur da... Jetzt hätte ich das vielleicht clevererweise so bauen sollen, dass der Strommast schon da ist. Hätte. Ja, irgendwo fehlt doch ein Strommast. Also davon abgesehen, dass hier einer fehlt. Nein, Pünktchen. Nein, bitte nicht. Tu das nicht. Komm. Lass das mal nicht tun. Fahre mal zwei Backups. Alter. Schnurr doch lieber mal hier ins Mikro. Oh, dicker, oh, bah. Na? Oh, was machst du denn jetzt? Ja, leg dich. Nein, nein, nicht aufstehen. Und erst recht bitte nicht auf die Tastatur gehen. Ja, ja, und schon habe ich das erste Mal mit der Pumpe angeschossen. Danke, Pünktchen. Wow. Ah, komm, dicker. Ich weiß, dass ihr verstanden habt, dass... Ich den Bildschirm angucke und ich weiß, dass ihr verstanden habt, dass ihr damit meine Aufmerksamkeit erregen wollt, dass ihr... Jetzt sehe ich natürlich... Und da rumst und knackt und knallt. Wenn er sieben Kilo kartet, sich versuchen über einen sehr kleinen Schreibtisch zu bewegen, dann kannst du davon ausgehen, dass das rumst und knallt. So, dann haben wir ja hier hinten jetzt breit Platz. Wie sieht es nach Norden aus? Ja, da sind wir natürlich noch total unverteidigt, aber... Ja... Kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn das nicht kommt, kommt hoffentlich auch irgendwas anderes. Oh, da hat gespeichert. Wir sind aber noch nicht so weit. Irgendwas sagt mir... Ja, einer. Hört man das? Ja, ja, man hört das. Ah, okay. Das ist das Pöntchen. Meine lieben Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, das ist mein Kater Pöntchen. Der hier fröhlichst vor sich hin knaddelt. Wow, der knaddelt der am Knies oder was? Ja, der knaddelt an allem. An allem, was er irgendwie findet. Äh... Hä, Hä, was? Wieso ist das jetzt oben wieder weg? Nein, nur weil der jetzt keinen Strom hat. Ah, warum... Wajo du das... Muss ich... Ah ja, warte mal. Ups. So, jetzt geht alles in die gleiche Richtung. Ähm... Zack, Strom. Damit taucht der jetzt auch... Ich sag, taucht denn der jetzt nicht im Netzwerk auf? Was ist denn das für ein behinderter... Behinderter... Blöder... Jetzt taucht er wieder im Netzwerk auf. Ja, irgendwie hat aus irgendwelchen Gründen gerade der... Der Roboter-Hanker ist nicht im Netzwerk aufgetaucht. Was natürlich das Einplan der Reichweite dann schwierig macht. Ja, das... Verkompliziert die Sache, unnötig. Unnötig, eben. Zack. Gut, damit hab ich jetzt eh erstmal keine mehr. Ich nehm ja wieder große Strommasten, sonst... Ah, hier. Ideal. Ich würd eigentlich gern mal noch ne zweite Ader da hochziehen. Dieser Kater, hey. Ja, der macht da gerade übrigens fiese Sachen. Ja, der reibt sich am... Du kennst das doch, wenn Katzen hier so... Mit dem Kopf an irgendwelche... Sachen hingehen. Ist vielleicht dein Mikrofon nicht der beste Ort? Sagt das ihm? Ich weiß das. Eher nicht. Unwissendes Katertier. Ja, aber... Wie soll er auch, gell? Mit diesem Mangel an Wissen fährt er meistens recht gut im Leben. So, jetzt kommt hier... Achso, so viele Baurebote hatte ich gar nicht hier oben, wie ich grad angefordert hab. Aber da kommt die Schwadronie. Wo fangen die denn diesmal an? Hinten? Achso, weil die von vorne kommen woanders her. Müssen die erstmal laden? Nein! Jetzt stopft es sich ja wieder 500 Baurebote an einen... An einen Ladeport. Ich hab mir sagen lassen, dass das unvorteilhaft ist. Ja. Ist es. Okay, das heißt, er ist hier um 5, 3,5. Das kommt jetzt alles noch sehr, sehr, sehr verzögert voran. Ich verstehe, dass du mit der Welt reden willst. Ist in Ordnung. 129 hab ich jetzt. Okay, ich hab das auch nochmal weit über 10 Öl pro Sekunde hier mit eingebaut. Zieh mal das Mikro wieder ein bisschen zu mir her. Jetzt sollte es also reichen, sagst du? Ich hoff's. Oder kommen doch Elektromotoren, oder? Ein paar zumindest. Okay, ich fahr jetzt nochmal mit dem Zug zurück. Jetzt kommt nämlich der interessante Part. Jetzt müssen wir die vorproduzierten Ölfässer nur noch eigentlich ins System packen. Das Ganze dann hier fluten. Ja, Flut mit Öl. Ja. Lass das mal nicht die richtigen Leute hören. Ja, so. Ähm, wir fehlen zwei Elektromotoren. Jetzt fehlt mir noch ein einziger Elektromotor. Nice, wir können das Raketensiloban. Ja. Äh. Meine Karte ist nicht begeistert, aber ich schon. Damit fang ich dann auch gleich an. Das kommt ins Zentrum auf diesen Steinplatz quasi. Und da läuft er sich ein Ast ab quasi. Ja, das ist richtig. Ich muss noch ein paar Rohre vorproduzieren. 50. Alter Schwede, die hätte ich mir auch liefern lassen können. Oh, da kommt irgendwie ne, da kommt ne Train mit irgendwas. Achso, die liefert mir Eisenplatten bestimmt. Ah ne, die liefern mir jetzt den, nein. Liefern mir jetzt den ganzen Schritt wieder ins Inventar, den ich gerade losgeworden bin. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Die liefern mir jetzt den. Okay, jetzt bin ich gespannt. Na dick. Tausend Erze wieder. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, bis der fertig ist. Irgendwo anders sind Zielen, irgendwann anders sind Zielen. Karte auf Tastatur. Karte on the loose. Mhm, Karte on the loose. Raketensilos dreiviertel fertig. So hat es jetzt Foto umgeschickt. Äh, Trommelwirbel. Oh, Pünktchen. Lass das mal. All is broken. Nee. Das kommt jetzt ganz genau hier hin. Und verbracht bestimmt gleich 300 Gigawatt Strom. Ne, 8,3 Kilo hat das ja nix. Oh, nee, ich trottel. Ja? Ja, ich trottel. Glaub mir, ich trottel. Was ist da nicht richtig? Ja, das ist halt er. Weißt schon. Das ist feuchtbar laut. Ja, I know. Lass, Dicki. Ich hab's den Kater so gemacht. Klingt ungefähr so. Ja, es tut mir auch leid. Furchtbar. Aber was soll ich denn mit dem dicken Kater machen? Sitz. Ja, er sitzt ja schon da, aber er spielt ja dann mit dem... Ach, ich muss mit diesen Dingen hier... Hab ich nicht... Doch, das sollte gehen. Ich mach mal kurz aus. Moment. Eih, eih, eih. Äh, wir brauchen. Äh, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Paketentreibstoff. Weiß nicht, pack mir jetzt erstmal zwei Fabriken. Hatten wir jetzt eigentlich mittlerweile Module im System? Ich glaub immer noch nicht. Nö. Weil wir nicht genügend Kunststoff hatten, deswegen hab ich mit dem ganzen Ölkram angefangen. Jetzt hab ich übrigens, zum Glück hab ich hier den Seitenschneider rumliegen gehabt, jetzt hab ich einfach mal diese Kabelbinder abgehakt, äh, abgeschalten. Also muss ich jetzt tatsächlich anfangen hier fix zwei gelbe Fabriken zu bauen, das ist aber nicht so schlimm. Für Raketentreibstoff, der benötigt nur Festbrennstoff, das ist super. Von den sollten wir im System, ja, 2600 ideal. Das heißt, wir brauchen hier schon mal Anbieterkisten, gleich noch ein Paket. Vielleicht mal zehn Anbieterkisten, zehn davon. Dann Netzabdeckung sollte hier gegeben sein. Ja, das ist mega orange, das passt. Achso, ja, und ich wollte aufhören, mir 1000 Beton bringen zu lassen. Stahl kann wieder runter auf 200. Und die Elektromotorbestandteile brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, der Kater tut sich jetzt nicht weh, wenn er auf dem Ding rumkommt. Wollt du das schon merken? Ne, tut er nicht. Ja, wenn man so eine Katze hat, dann ist man halt doch durchaus besorgt um dieses Tier. Ich denke aber doch, dass das Tier, der lag jetzt zu merken, Aua, das mache ich nicht wieder. Für Intelligenz räume ich den Katzen ein, weil so dumm sind Katzen nämlich gar nicht. Was heißt denn nämlich gar nicht? Naja, nicht so dumm, wie man denken mag. 200 Beton. Warum habe ich jetzt immer noch einen Elektromotor? Weg da. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ich habe alles kaputt gemacht. Tell me some news. Ähm, ich wollte gerade... Hm. Sachen gibt's... Also sag mir jetzt bloß nicht, dass die roten Greifarme nicht über ein Rohr drüber greifen können. Doch. Also, zumindest konnten sie das früher. Ich sehe auch keinen Grund, warum sie das nicht können sollen, sollten. Aber wieso greifen die dann... Ach, wahrscheinlich... Äh... Ich verstehe es gerade nicht. Ich mache das jetzt anders hier. Zwei gelbe Fabriken. Eins, zwei. Oh, halt. Äh... What am I doing here? Wo soll ich denn das wissen? Ich habe noch eine Idee, was I am doing. Hilfe. Weg, 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 weg. Da kommt einmal hin. Ah, nee, auch nicht. Äh... Okay, ich muss das anders machen. Ich sehe schon, sonst wird das nichts. Zack. Und hier kommt eine... Nein, jetzt nicht speichern. Ja, wir sind gleich wieder so weiter. Bam, 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 bam. Bam. Dann geht das von hier... Hier rein. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie es soll. Äh... Ich gehe doch mal fast davon aus, dass das so funktioniert, wie es soll. Achso, nee, deswegen alleine schon nicht. Muss man ja dann im Prinzip so bauen. Wo sind denn jetzt meine gelben Fabriken hin? So, geht's aber. Zumindest hoffe ich das. Äh... Hier rein. Hier raus. Hier raus. Hier rein. Hier rein. Da lang. So. 3, 4, 5, 6. Nee, keinen großen Strommast. Hier tut's eure Kleiner. Hier möchte ich, dass... Äh... Festbrennstoffe produziert werden. Nee, Raketentreibstoff, so rum. Und hier möchte ich ab sofort... Festbrennstoffe sehen. Und zwar, sagen wir mal, immer... 1000. Schauen wir mal, was da jetzt abgeht. Als nächstes kümmere ich mich um... Äh... Die Dinger nicht, weil die sind zu nervig. Und die hier, Stahl, Kupfer und Kunststoff. Das sind alles Dinge, die wir im System haben sollten. Wow. Ich brauch nochmal zwei von diesen Fabriken. Ich hab immer noch nicht genügend Öl hier oben in dem System, damit die überhaupt hinterherkommen. Das ist ja furchtbar. Immer noch nicht genügend Öl, das kann doch gar nicht sein. Nee, nur damit meine Fabrikation hier hinterherkommt. Achso, von deinem... Für drei Fabriken reicht's nicht. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst von deinem Extranetz. Ähm, wir beenden aber erstmal die Folge hier, denke ich. Jo, machen wir. Und sehen uns dann... Next time, wenn es wieder heißt... Faktorio. Macht's gut. Ciao. Ciao.